Am 18. Mai 1960 wurde Michael Ryan in Marlborough-Wiltshire geboren. Sein Vater Alfred arbeitete als Bauinspekteur und seine Mutter Dorothy, die in der kleinen Gemeinde als beliebte Persönlichkeit galt, arbeitete in einem Hotel. Als Kind wurde Michael als ruhig, launisch und eigensinnig beschrieben. Michael ging anderen Kindern aus dem Weg, weil er oft gehänselt oder schikaniert wurde, da er für sein Alter etwas klein war. Als er elf Jahre alt war, wechselte er auf eine andere weiterführende Schule. Dort brachte er jedoch nicht die gewünschten Leistungen und schwänzte die Schule. Als Teenager hatte er nur wenige Freunde und hielt sich von allen Veranstaltungen in der Schule fern. Mit 16 Jahren verließ er die Schule und besuchte das College, wo er eine Ausbildung zum Bauunternehmer machte. Trotz aller Bemühungen, die Michael in das College steckte, kam er mit dem Lehrgang einfach nicht zurecht und brach ihn daher auch bald ab. Danach fand er Arbeit als Hausmeister an einer Mädchenschule und lebte weiterhin bei seinen Eltern. Seine Mutter wurde als vernarrt und nachsichtig beschrieben, wenn es um Michael ging, und bezahlte alles, was er sich nicht leisten konnte. Autos, Benzin, Versicherung und seine erste Schusswaffe, ein Luftgewehr. Ab einem gewissen Alter begann Michael damit, eine Waffensammlung anzulegen, die in einer Vitrine in seinem Schlafzimmer ausgestellt wurde. Personen, die Michael kannten, erzählten, dass er sich Geschichten über sich selbst ausdachte. So behauptete er beispielsweise, im Fallschirmjägerregiment der britischen Armee gedient zu haben, dass er bald heiraten würde und dass er einen eigenen Waffenladen besitzen würde. Wenn die Leute seine Erzählungen in Frage stellten oder sich weigerten, sie zu glauben, wurde er wütend, woraufhin seine Mutter in einem verzweifelten Versuch, ihren Sohn aufzumuntern, diese Lügen bestätigte. Michael war besessen vom Militär und er abonnierte Zeitschriften über Waffen. Das Gesetz erlaubte dem Besitz von halbautomatischen Waffen und da Michael keine psychischen Probleme hatte und auch nicht vorbestraft war, wurde ihm die Lizenz dafür unter der Bedingung erteilt, dass die Waffen in einem Stahlschrank aufbewahrt werden, damit sie sicher weggeschlossen werden konnten. Im Alter von 25 Jahren verlor Michael 1985 seinen Vater durch eine Krebserkrankung. Dieser Verlust beeinträchtigte ihn massiv. Er zog sich zurück und verschwand oft allein zum Skistand oder um an Autos zu arbeiten. Zu dieser Zeit verlor er auch seinen Job als Hausmeister. Michael trat einen Pistolenclub bei. Der Clubmanager sagte später, dass Michael viel Zeit im Club verbrachte und beschrieb ihn als »sehr guten Schützen« mit gleichbleibender Genauigkeit über große Entfernungen. Die Wälder waren Michael sehr vertraut und er hielt sich dort häufig auf. Er hielt sich für einen geschickten Soldaten und genoss es, ungesehen Leute zu beobachten. Bei mehreren Gelegenheiten schlich er sich an ahnungslose Menschen heran, die ein Picknick machten und beobachtete sie ohne ihr Wissen, bevor er wieder verschwand. Die 35-jährige Mutter Susan Godfrey war am 19. August 1987 um 12.30 Uhr mit ihren beiden Kindern, der vierjährigen Hannah und dem zweijährigen James im Wald. Sie machten ein Familienpicknick. Michael beobachtete sie, während sie ihr Mittagessen aßen. Als sie sich zum Aufbruch bereit machten und Susan ihre Sachen packte, näherte sich Michael in schwarzer Kleidung und richtete eine Pistole auf sie. Michael forderte Susan auf, ihre Kinder ins Auto zu setzen, was sie auch sofort tat, um die Kinder zu schützen. Sie schneidete sie im Auto an und sagte ihnen, sie sollten dort auf sie warten, sie würde bald zurück sein. Michael nahm da an die Picknickdecke und befahl Susan, ihm in den Wald zu folgen. Dann schoss er 13 Mal auf sie. Dann ließ er die Picknickdecke fallen und ging zurück zu seinem Auto. Susans Kinder sahen zu, wie er in sein Auto stieg und wegfuhr, ohne die Kinder zu beachten. Sie hatten die Schüsse aus dem Wald gehört und hatten sehr große Angst. Als die beiden Kinder die Rentnerin Myra Rose ansprachen und erzählten, dass ein Mann in schwarz auf die Mama geschossen hat, wurde die Polizei aufmerksam. Myra Rose erklärte sich bereit, ihnen bei der Suche zu helfen. Ein Polizeibeamter, der vorbeikam, fand Susans leeres Auto mit offenen Türen und untersuchte es. Und dann entdeckte er Susans Leiche, etwa 250 Meter von ihrem Auto entfernt. Sie war vollständig bekleidet, allerdings voller Einschusslöcher. Michael fuhr an eine Tankstelle. Als er sein Auto und einen 5-Liter-Kanister mit Benzin füllte, arbeitete die Frau des Besitzers, K.Q. Dean, an der Kasse. Sie kannte Michael, aber er war nicht sehr gesprächig und sie bemerkte auch, dass er noch nie so viel Benzin auf einmal gekauft hatte, was sie etwas misstrauisch machte. Während Dean einen anderen Kunden bediente, ging Michael zum Kofferraum seines Autos und holte ein halbautomatisches Gewehr heraus. Während Dean aufblickte, zielte er direkt auf sie. Sie konnte sich gerade noch unter den Tresen ducken, als eine Kugel das Sicherheitsglas über dem Tresen durchschlug und hinter ihr im Laden abprallte. Der Kunde in dem Laden, den Dean bediente, raste sofort mit seinem Motorrad davon, um den Notdienst zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt war Michael immer noch da und richtete sein Gewehr erneut auf Dean, die sich weinend an die Wand drückte, während er ihr dabei zuhörte, wie sie um ihr Leben bettelte. Doch das beeindruckte Michael nicht und er drückte den Abzug, aber keine Schüsse fielen. Er versuchte noch einmal, zweimal abzudrücken, Doch beide Versuche schlugen fehl, da ihm das Magazin herausfiel, möglicherweise, weil er versehentlich den Auslösemechanismus traf. Dean erinnerte sich daran, Michael ins Gesicht gesehen zu haben, als er die Waffe auf sie richtete und sagte, es sei ihr so vorgekommen, als ob er sie gar nicht bemerkte und direkt durch sie hindurch sah. Nach dem gescheiterten Versuch, Dean zu töten, sprang Michael schnell in sein Auto und fuhr weiter nach Hangerford. Michael war um 12.45 Uhr in Hangerford an seiner Wohnung angekommen, die er mit seiner Mutter teilte. Er wurde von Nachbarn gesehen, als er sein Haus betrat und man hörte gedämpfte Schüsse. Michael hatte den Familienhund erschossen. Er begann dann, sein Auto mit Waffen und einer Tasche voller Vorräte zu beladen. Als er versuchte, das Auto zu starten, sprang es nicht an. Michael kletterte aus dem Auto und schoss fünf Kugeln in die Seiten des Wagens. Dann ging Michael zurück in sein Haus und benutzte die zuvor gekauften fünf Liter Benzin, um das Haus in Brand zu setzen. Michael wandte sich dann seinen Nachbarn zu und schoss Roland Mason sechsmal und Sheila Mason einmal in den Kopf. Beide waren auf der Stelle tot. Als eine andere Nachbarin, Marjorie Jackson, aus dem Fenster schaute, schoss Michael auch auf sie. Sie wurde verletzt, konnte aber noch die Polizei rufen. Michael ging weiter die Straße entlang und soll auf alles geschossen haben, was sich bewegte. Jedoch hörte auch ein Nachbar, wie Michael einige Kinder aufforderte, die Straße zu verlassen und ins Haus zu gehen. Als die 77-jährige Dorothy Smith hörte, wie Michael schoss, ging sie zu ihm und schimpfte, ob er das wäre, der so einen Lärm macht. Und dass er alle zu Tode erschrecken würde. Sie sagte noch, er solle damit aufhören. Michael soll sie mit leerem Blick angesehen und gegrinst haben, bevor er sich entfernte. Als nächstes wurde die 14-jährige Lisa Mildenhall angeschossen. Michael hat sie angelächelt, als sie sich vor ihrer Haustür zusammenkauerte, um sich vor ihm zu verstecken. Sie wurde viermal in die Beine und den Bauch geschossen. Es gelang ihr, sich in ihr Haus zu retten, wo ihre Mutter sofort einen Krankenwagen rief. Lisa überlebte die Begegnung mit Michael. Michael sah dann den 51-jährigen Kenneth Clemens und seine Familie. Sie war mit ihren Hund spazieren. Als Kenneth Michael sah und die Arme als Zeichen der Ergebung hob, konnte seine Familie entkommen, indem sie über einen Zaun sprang und um ihr Leben rannte. Doch für Michael bedeutet die Ergebung von Kenneth jedoch nichts. Er schoss ihm direkt in die Brust und tötete ihn auf der Stelle. Als dieser zu Boden fiel, klammerte er sich immer noch an die Leine des Hundes. Die Polizei von Hangervort leitete eine Fahndung ein. Hubschrauber wurden eingesetzt, um Michaels Bewegungen zu verfolgen. In der Kleinstadt herrschte nun Chaos und Michaels Schritte waren nicht vorhersehbar, sodass einige Autofahrer direkt in Michaels Richtung geschickt wurden. Michael fuhr zurück und sah den Polizisten Roger Barrettin in seinem Polizeiauto. Er feuerte 23 Schüsse auf das Fahrzeug ab, woraufhin es sich überschlug und gegen einen Telefonmast prallte. Roger starb, während er noch Verstärkung über Funk anforderte. Michael fing an, auf vorbeifahrende Autos auf der Straße zu schießen. Als er elf Schüsse auf das Auto von Linda Chapman abfeuerte, die mit ihrer Tochter Alison Chapman unterwegs war, lächelte er. Die Kugeln drangen durch die Motorhaube und trafen Alison am rechten Oberschenkel, aber Michael schoss weiter auf das Auto und traf die Windschutzscheibe, so dass sie zersprang und Linda sowohl vom Glas als auch von einer Kugel in die linke Schulter getroffen wurde. Während er nachlud, gelange Chapman, ihr Auto rückwärts aus dem Ort zu fahren und sich bei den Ärzten vor Ort behandeln zu lassen. Beide überlebten die Tortur, aber es wurde eine Kugel in Allisons Wirbelsäule gefunden und bei der Operation, um die Kugel zu entfernen, stellten die Chirurgen jedoch fest, dass das Risiko einer Lähmung einfach zu groß war und ließen die Kugel an ihrem Platz. Als nächstes trafen George White und Ivor Jackson auf Michael. Georges Auto fuhr auf Michael zu und dieser eröffnete das Feuer und schoss mit elf Kugeln auf das Auto. Er tötete George mit einem Kopfschuss und ließ Ivor, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, mit schweren Kopf- und Brustverletzungen zurück. Ivor erinnerte sich, wie er seinen Tod vortäuschte und hoffte, dass Michael nicht kommen und sich das Auto näher ansehen würde. Als Michael weiterzog und sich sein nächstes Opfer, den 84-jährigen Abdulrahman Khan, beim Rasenmähen traf, näherte sich Michael und schoss dreimal auf ihn. Khan starb später an seinen Verletzungen. Unmittelbar danach wandte sich Michael an Ellen Leptid. Michael schoss auch auf ihn und traf ihn in den Arm und einmal in den Rücken, als er zu fliehen versuchte. Ellen überlebte die Schüsse. Als ein Krankenwagen auf die Straße eintraf, schoss Michael auch auf diesen Wagen, zertrümmerte die Scheibe und verletzte die Sanitäterin Hazel Hesslett, die den Krankenwagen wieder schnell wegbrachte, bevor er erneut auf sie schießen konnte. Als die Mutter von Michael, Dorothy Ryan, vom Einkaufen nach Hause kam, sah sie ihr Haus und drei weitere Häuser in Flammen stehen. Menschen lagen tot in ihren Vorgärten und Autos waren entlang der Straße zertrümmert. Sie sah ihren Sohn Michael mit einer Waffe in der Hand stehen und versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Hör auf, Michael! Warum tust du das? Ohne eine Antwort zu geben, schoss Michael seiner Mutter zweimal in den Bauch und einmal ins Bein. Er näherte sich seiner Mutter, als diese auf dem Boden lag und schoss sie aus einer Entfernung von fünf Zentimetern noch einmal in den Rücken und tötete sie damit. Ein Polizeihubschrauber forderte Michael auf, seine Waffe niederzulegen, was er jedoch total ignorierte und davonlief. Die Beamten, die Michael beobachteten, gaben zu bedenken, dass der Waffenschrank der Polizei von Hangervort nicht mit Michaels Waffen mithalten könne und so wurde um 13.30 Uhr die taktische Schusswaffeneinheit hinzugezogen, während sich die Beamten vor Ort näher an der Stadt aufstellten. Betty Tolliday hörte die Schüssel und nahm an, dass es sich um Kinder handelte, die mit Feuerwerkskörpern spielten. Sie ging in ihren Garten und rief den Kindern zu, dass sie den Krach leiser machen sollten. Michael entdeckte sie und schoss einmal auf sie. Die Kugel zerstörte den oberen Teil ihrer Hüfte, einen Teil ihres Beckens und trat dann durch ihre Rücken aus. Betty schleppte sich in ihr Haus und überlebte ihre Verletzungen. Als nächstes erschoss Michael den zweifachen Familienvater Francis Butler, als dieser mit seinem Hund spazieren ging. Er wurde dreimal in die Leiste und das Bein geschossen und war auf der Stelle tot. Anschließend wollte er auf den Teenager Andrew Cadle schießen, als dieser mit dem Fahrrad vorbeifuhr, verfehlte ihn aber, als Andrew davonfuhr. Ein Taxifahrer, der 30-jährige Markus Bernhard war auf dem Weg zu seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn, als Michael das Auto kreuzte. Michael schoss auf ihn und tötete ihn auf der Stelle. Markus Bernhard war nunmehr das zehnte Opfer von Michael. Später stellte sich heraus, dass Bernhard durch eine polizeiliche Umleitung zu Michael gelenkt worden war. Alle Beamten hatten sporadischen Kontakt mit den Hubschrauber, so dass die Angaben der Beamten bei der Umleitung nicht mehr aktuell waren. Als nächstes schoss Michael auf Anne Honeybone, die zwar getroffen, aber durch die Kugel nur leicht verletzt wurde. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf einen geparkten Lieferwagen, in dem John Storm saß. Er schoss auf John und traf ihn im Gesicht, woraufhin dieser sich unter das Armaturenbrett seines Autos kauerte. Er hörte, wie Michael zwei weitere Schüsse auf den Lieferwagen abfeuerte und spürte, wie der Wagen erzitterte, aber er wurde von keinem der Schüsse getroffen. Während die Polizei damit begonnen hatte, die Bevölkerung aus dem Stadtzentrum von Hangarford zu evakuieren, fuhr Michael dorthin, um weiter zu schießen. Dabei tötete er den 67-jährigen Douglas Wainwright und verletzte seine Frau Kathleen, während sie in ihrem Auto saßen. Douglas erhielt einen tödlichen Schuss in den Kopf und Kathleen wurde in Brust und Schulter getroffen. Nachdem das Fahrzeug zum Stehen gekommen war, sah Kathleen, wie Michael beim Nachladen auf das Auto zuging, woraufhin sie sich abschnallte und davonlief. Als die Presse von dem Massaker erfuhr, kamen sie in Scharen nach Hangarford und verschlimmerten das Chaos mit ihren Hubschraubern, da sie die Arbeit der Polizei in der Luft behinderten. Sie machten Fotos von den Toten und Verwundeten und verschafften sich auf unmoralische Weise Zugang zu einigen Häusern der Opfer, in dem sie sich als Tatort Personal ausgaben. Als nächstes schoss Michael auf ein Auto, in dem Kevin Lane saß, der am Oberarm getroffen worden war. Weiter oben in der Straße kreuzte ein anderes Fahrzeug Michaels Weg. Der 51-jährige Handwerker Eric Wardy und sein Beifahrer Steve Ball waren auf dem Weg zu einem Job. Michael feuerte eine Reihe von Kugeln ab, die die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zerschlugen. Er traf Eric zweimal in den Kopf von den Oberkörper und dieser krachte dann mit seinem Lieferwagen gegen eine Wand, als er getroffen wurde. Eric starb später an einem Schock und an den Blutungen. Steven erlitt keine schweren Verletzungen. Michael sah als nächstes die 22-jährige Sandra Hill, die mit offenen Fenster fuhr und Musik hörte, als sie mit ihrem Auto unterwegs war. Michael schoss ihr mit einer einzigen Kugel in die Brust. Ein vorbeikommender Soldat, Carl Harris, leistete erste Hilfe, konnte Sandra aber nicht mehr retten. Sie starb in seinen Armen. Als Michael die Straße überquerte, schoss er wahllos um sich. Er betrat das Anwesen von Victor und Myrtle Gibbs und schoss in einem Kugelhagen auf die Haustür. Myrtle Gibbs saß im Rollstuhl und war Michael schutzlos ausgeliefert. Victor Gibbs warf sich auf sie, um sie vor den Kugeln zu schützen. Victor starb auf der Stelle, während Myrtle ihren Verletzungen im Krankenhaus erlag. Michael richtete sich im Haus der Gibbs eine Festung ein und schoss von dort aus auf Häuser, wobei einen Mann in Haus Nummer 62 und eine Frau in Haus Nummer 67 verletzte. Der 34-jährige Ian Playle brachte seine Frau und die beiden kleinen Kinder zum Einkaufen nach Hangerford. Michael feuerte auf ihr Auto und tötete Ian mit einem einzigen Schuss in den Nacken. Seine Familie blieb unverletzt. Michael schoss auf andere Häuser und traf den 67-jährigen George nun, als dieser im Garten stand. George wurde an der Schulter und am Auge getroffen und überlebte seine Verletzungen. Kurz vor 14 Uhr wurde Michael von einem Anwohner gesehen, wie er langsam und mit gesenktem Kopf auf die John O'Gone Schule zuging, um einschließend einzubrechen. Die Schule war wegen den Sommerferien geschlossen, so dass Gott sei Dank keine Schüler oder Angestellten anwesend waren. Chief Inspector Lambert schickte Sergeant Paul Brightwell und ein Team von acht Beamten zur Erkundung des Schulgeländes, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht wussten, dass sich Michael dort auffielte. Über vier Stunden versteckte sich Michael in der Schule, bis die Polizei ihn schließlich in einem Klassenzimmer im dritten Stock entdeckte. Um 17.26 warf er seine Kalaschnikow aus dem Fenster. Jetzt hatte er nur noch seine 9mm Barretta und etwas Munition bei sich. Die Polizei umstellte darauf die Schule, um mit Michael in Kontakt zu treten und ihn zum Aufgeben zu bewegen. Sergeant Paul Brightwell sprach 90 Minuten lang mit Michael. Michael war klar und ruhig und konnte ein langes und ausführliches Gespräch führen. Michael behauptete an einer Stelle, dass er eine israelische Splitterhandgranate habe, was die Polizei auch sehr beunruhigte. Er sprach über seine Mutter und erkundigte sich mehrmals nach ihrem Zustand. Die Polizei konnte ihm zu diesem Zeitpunkt nichts sagen, da die Rettungsfahrzeuge gerade damit begonnen hatten, den Verletzten zu helfen. Sie versicherten ihn, dass sie es herausfinden würden, während sie versuchten, ihn zu überreden, seine Waffen fallen zu lassen. Michael schrie auch einige Dinge aus dem Fenster, darunter, Hangerfurt muss ein ziemliches Chaos sein, oder wenn nur die Polizei nicht aufgetaucht wäre, wenn nur mein Auto angesprungen wäre. Er fragte auch nach seinem Hund und ob sie seinen M1-Karabiner und sein Magazin gefunden hätten, da er nicht wollte, dass ein Kind aus der Gegend ihn aufhebt und sich verletzt. Eines der letzten Dinge, die er sagte, war, ich wünschte, ich wäre im Bett geblieben. Gegen 18. 18.45 sagte Michael zur Polizei, komisch, ich habe all diese Leute umgebracht, aber ich habe nicht den Mut, mir selbst eine Kugel in den Kopf zu jagen. Dann fragte er nach der Uhrzeit und verstummte. Sieben Minuten später, um 18.52 war ein einzelner dumfer Schuss aus dem Klassenzimmer zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war man sich nicht sicher, ob Michael sich selbst getötet oder nur einen Schuss abgegeben hatte. Der Polizeihubschrauber flog am Fenster vorbei, konnte aber nicht in das Klassenzimmer sehen, um irgendetwas zu bestätigen. Also kletterte ein Beamter auf das Dach der Schule und schaffte es mit Hilfe eines Spiegels an einer langen Stange in das Klassenzimmer zu sehen, wo er auch Michael in der Ecke zusammensacken sah, wahrscheinlich tot. Die Einheit stürmte das Klassenzimmer und stellte fest, dass Michael die Pistole mit einem Schnürsenkel an seine rechte Hand festgebunden hatte. Dann wurde bestätigt, dass Michael Ryan sich am 19. August 87 um 18. 52 mit einem einzigen Kopfschuss selbst getötet und damit das Hangerford-Massaker beendet hatte. Bei diesem Massaker hatte er 16 Menschen, darunter sich selbst und seine Mutter getötet und 15 weitere verwundet. Dr. John Hamilton von Broadmoor Krankenhaus und Dr. Jim Higgins, ein Berater der regionalen Gesundheitsbehörde von Mersey, vermuten, dass Michael schizophren und psychotisch war. Hamilton erklärte, Michael litt höchst wahrscheinlich an akuter Schizophrenie. Er könnte einen Grund für seine Taten gehabt haben, aber dieser Grund war wahrscheinlich bizarr und eigenartig für ihn. Nach seinem Tod wurde Michael am 3. September 1987 15 Tage nach der Tat im Krematorium eingeäschert. Die britische Zeitung The Daily Mirror veröffentlichte am 21. August 87 eine Geschichte über Rines Beziehung zu seiner Mutter. Dieser Artikel deutete darauf hin, dass ihre Beziehung ungesund war und dass Michael von seiner Mutter verwöhnt wurde, was ihn dazu brachte, seine Verbrechen zu begehen. Er schien, es schien, Michael sich in seinem Erwachsenen Leben in gewissem Maße auf seine Mutter verließ und dass sie mehr als glücklich war, ihrem Sohn zu helfen und ihm zu geben, was er wollte, sei es finanzielle Hilfe oder um ihn emotional zu beruhigen. Aber Michael hätte es gehasst, sich auf sie zu verlassen und hätte sich minderwertig gefühlt, wenn er um die Hilfe gebeten hätte und so entstand ein Groll auf seine Mutter und auf das Leben, das er im Allgemeinen führte, weil er sich auf seine Mutter verließ. Dieser Groll wurde auch deutlich, als er in sein Haus zurückkehrte. Indem er seinen Hund tötete, sein Haus niederbrannte und dann seine Mutter auf viel gründlichere Weise als die anderen Opfer tötete, löschte er alles aus, was mit ihm und seinem Leben vor der Schießerei verbunden war. Kurz bevor er sich selbst tötete, erkundigte er sich ausdrücklich nach dem Zustand seiner Mutter, ohne die anderen Opfer zu erwähnen. Es ist unklar, ob er sich echte Sorge um ihren Zustand war, Reue über das, was er ihr angetan hatte, oder ob er die Bestätigung wollte, dass sie tot war und er erreicht hatte, was er mit dem Massaker erreichen wollte. Michaels Geisteskrankheit sei er Schizophrenie oder eine Psychose, wie von den Ärzten vermutet, hätte ihn aufgrund des Ungleichgewichts in seinem Gehirn verletzlich gemacht. Als er älter wurde und sich sein geistiger Zustand verschlechterte, begann er die Armee, Überlebenskünstler und Waffen als Symbol für Kontrolle und Stärke zu sehen, eine Kontrolle und Stärke, die er in seinem eigenen Leben nicht hatte, von der er aber fantasierte. Über sein Verhalten in den Jahren vor der Schießerei wurde berichtet, dass er verschiedene Geschichten oder Übertreibungen erfand, zum Beispiel, dass er in der Armee war, dass er verheiratet war oder dass er ein Waffengeschäft besaß, was zeigt, dass er versuchte, sich anderen gegenüber so darzustellen, wie er in seiner Fantasie sein wollte. Er fühlte sich besser, wenn er diese Dinge erfand, da er sich hinter den Geschichten verstecken und sicher fühlen konnte. Aber er wurde wütend, wenn er bei seinen Lügen ertappt oder dazu befragt wurde, weil er sich dann verletzlich fühlte. Neben der bereits bestehenden psychischen Erkrankung, mit der Michael lebte, schien der Tod seines Vaters ein Faktor zu sein, der das Massaker auslöste, obwohl sein Vater zwei Jahre vor der Schießerei starb. Das war ungefähr zu der Zeit, als er aufgrund seiner psychischen Gesundheit seinen Job als Hausmeister verlor und es war der letzte Verlust, den Michael verkraffen konnte, bevor er durchdrehte. Als er beschäftigt war mit der Arbeit, hatte er eine Routine und ein Ziel sowie ein gewisses Einkommen, da er seine Hobbys ergänzte und ihn davon abhielt, sich so sehr auf seine Mutter zu verlassen. Und als er diese Routine und diese Sicherheit des Einkommens verlor, entschied er, dass er nicht mehr damit zurechtkam. Er sagte selbst, dass er anfangs nicht den Mut hatte, sich umzubringen, aber diese Angst hätte ihn wütend gemacht. Wütend darüber, dass er sich nicht umbringen konnte. Wütend darüber, dass sich sein Leben in den letzten zwei Jahren so drastisch verändert hatte. Und wütend darüber, dass er nicht das sein konnte, was die Leute als normal und erfolgreich ansehen und wütend darüber, dass er zu diesem Zeitpunkt völlig die Kontrolle über sein Leben verloren hatte. Dieser mentale Bruch ist möglicherweise der Grund dafür, dass er eine ganze Stadt kaltblütig überfällt. Obwohl Michaels Motive nie wirklich bekannt waren und er nie genau wusste, was ihn zu dieser Tat trieb, bleibt das Hangarfort Massaker einer der schlimmsten Vorfälle mit Schusswaffen, im Vereinigten Königreich.